Es folgen Kandidaten zur Bundestunwahl. Hallo, ich bin Gumball. Als Kanzlerkandidat der Darwinistischen Parteivordericht ein generelles Nachsitzverbot. Die Begrenzung der Schulpflicht auf einen Tag pro Woche und unbegrenzte Fernseherlaubnis für alle. Kinder, Katzen und Fische an die Macht. Wenn auch ihr Regeln und Pflichten satt habt, geht auf cartoonnetwork.de und wählt mich, Gumball. Jetzt seid ihr dran. Geht auf cartoonnetwork.de und wählt, wer Cartoon Network regieren soll. Seht euren Cartoon-Kanzler fünf Stunden am Stück. Die Bundestunwahl am 21. September ab 10 Uhr. Nur hier bei Cartoon Network.